Das ist ein schönes Maler! Ich kann den Palschernaschern! Ich bin ein guter Maler! Ich bin ein guter Maler! Ich bin ein guter Maler! Okay! Dann geht das gut! Wir müssen noch mal ein Viertel ran! Und Magie Viertel! Schon geguckt! Das geht ein bisschen weiterführen! Ist jemand Gold tauscht? Bla bla bla! Ich bin gelassen! Bringt Zauberbuch das Lichts nach Überstadt! Das ist eine Identität des Lichts! Wo soll man das anfangen? Ähm... Lichts nach! Gute Debüte! Und dann mit vom See! Ich muss das doch... Holla! Die Welt für Mädchen! Du gehst aus! Gefeierlich aus! Ich weiß nicht! Das will ich so am Dich schon nicht beginnen! Du kannst ganz toll viel Auer machen! Das Gefühl! Aber ganz toll viel Auer! Ja! Also los! Mal raus! Oh! Die Rot... Sieh! Du kannst ja wohl ein bisschen Angst drehen! Ähm... Ne! Wir wollen Taita immer weiter! Wir sind ja kein Reiter! Wir sind ja kein Reiter! Ähm... Ja, die sagten schlimm! Versteht das gut schlimm! Wir wollen keinen Reiter! Hei müssen dann überall kösten! Ah! Was haben Sie denn? Du... Ah! Das sind Garten hier! Okay! Ich hoffe, dass... Das Klomot der Abnahme hier fertig ist! Das wäre cool! Und sonst wäre es schuld! Weil dann... Ich habe ein relativ cooles Startgebiet fertig! Ich habe das noch nicht so gewählt! Aber... Ja... Ja... Wir sind noch 5 tatsächlich gekommen! Wahrscheinlich könnte das noch 5 Folgen kommen! Hat das so noch nicht geduert! Aber wir sind noch 5 Folgen gekommen! Äh... Hei Rob! Ja, erstens denke ich heute in den Dreh raus! Hier ist ein Fuhre Hei! Ähm... Ähm... Ich freue mich mit einem Kronen-Budem-Loyen! Oder dass es mir spät kommt! Whatever! Kronen-Mack! Wir sind heute immer tighter! Wir wollen niemals weiter! Weil wir sind ein bisschen tighter! Und... Wir sind noch raus! Und... Und... Wir müssen dann... Da hinten... Aber... Da haben wir vielleicht heute noch weiter! Da hinten... Da hinten... Da hinten... Da hinten... Da hinten... Da hinten... Was ich mir wünsche gebe! Ich weiß nicht, ob es in Ihrem Verein nicht geschieht! Weil... Ihr ist in Ihrem Verein kein Job mit der Lauf von WoW! Weil sie mal... Ähm... Ähm... Was hat man noch? Ähm... Warlords of Draenor! Ehm... Die ganze Scheisse und alles wo du... Ähm... Die ganze... Nicht so coole stuff! Ähm... Ähm... Wäre eine coole Sache! Von der Allianz UnderCity hätte ich drin gekriegen! Oder Unterstadt-Vitalist! Sorry! Du hast einen englischen Termin aus besser! UnderCity! Oder Star... Wind! Oder Iron... Far... Oder wo noch? Oder den Mom! Nicht so! Und D tare! Kommt zu dir, komm mal hin da. einfach live bei mir das für schock und die kaste so geht einander sich die rando dann die höhle du könnt allianz im schwachen und unter city und unterstattet keine geschichte klingt unter stadt cool oder noch drei reing noch zwei reing noch zwei reing nach e-ring jetzt ist die rang sorry das tun wir nicht machen Nein, nicht so, ich muss das einfach nicht machen. Geht leid, die von sich schlitzbüch zu lehren, wenn sie mir nur ausdrücken. Wie war's? Was stimmt mir da schon nicht? Kami over. Also, dann holen wir den und den fertig. Dann muss man sowieso an de brille. Gehen wir noch das Buch holen. Ja, mit den hautfertig. Mit den hautlockerfertig. Da muss man auch noch... Wenn man da fertig ist, kannst du eigentlich schon am Schlafen kommen. Es sind nicht körperlich, man muss sich mental mitziehen. Ganz, ganz viel mental mit. Das fällt mir einfach ab, dass du das abholen von dem Video. Ja, ich muss das machen. Ich muss irgendwas machen. Und ja. Wenn ich nichts machen, ist auch nicht gut. Aber ich muss tatsächlich irgendwas machen, für meinen gestlichen Dingenzustand ein bisschen zu schärfen. Gebirgsjäger, hä? Soja Neuche. Wo holen wir da? Soja Neuche. Soja Neuche. Soja Neuche. Soja Neuche. Kontroll C. Kontroll V. Ah ok. Das hin. Das hin. Zum Gebirgsjäger. Ne. Jäger. 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 Also Familien. Totem. Ok. Boah ey. Das ist einfach so froh man schärfen. Ich bin froh. Hä? Äh. Ähm. Ich geh doch mal noch. Hallo hier ran. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Mein Bof. Ich geh jetzt. Oh. Gebirgsjäger. Gebirgsjäger. Wannschlift. Lustig machen. Schragen. Oh nee. Okay Mmh, es ist einfach nur so gedachtet. Okay, es ist einfach nur so gedachtet. Fannst schnell an der Reibe. Es ist einfach nur so gedachtet. das schon mal so löser das hat man mal schwarzen wollte das gestürmt jetzt so großartig von einem schwarzbein gestürmt und schneiden gut okay dann lo und fluss sprangen und da geht es schon da muss schon drinnen für die dinge dort zu killen war hat diese wunderschöne glüh für kind dass wir mal auf die zeit gehen dass sie 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 oder sie hat sie zeit zwischen terminus auch sie sind zu den cddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Ja, und da noch nächstes Mal. Die Kacksposten, die sie sehen. Das klingt doch ganz weit, klingt das aber, dass zwei Pre-Season-Games haben sie schon noch mehr gewesen. Wo ich mal gedauert habe, das war schon trotzdem eine coole Sache, wenn ich das hätte gucken können. Ah, nein. Weil, und, äh, das hat richtig gemacht, wo das Pre-Season-Games war. Ich meine, ich habe dann so geliehen, so da über drei Ecke gemacht, wo das nicht so richtig aufgespeichert hat. Das kann auch sein. Sie haben dann, New York Yates, die haben dann, ähm, den Roger, den Aron, das sind die Aron, das sind die Aron, das sind die Aron, Roger, das sind sie. und Aaron Rodgers. Ja, nur erwarten sich das ganz viel, die Rodgers wird auch ganz viel, nur auf Geld verzichtet. Wie demolst dann Tom Berdy. Nee, ist Brady. Ja, der Berdy. Ja, wie der Brady demolst, und, äh, der, äh, äh, gut, für sichere Right Receiver, an High and Do. Wie das Geld dann, ja, ähm, hier geht man. Ja, na guck mal. Das ist, ja, ich meine schon sie gewonnen, wirklich zu null gehend Carolina Panthers, ich kann sehen, dass es gehend Panthons war, und dann haben sie verloren gehend Buccaneers. Ich meine einfach nicht zu null. Ja, die Rodgers hat wohl nicht gemacht gespielt, beim allererste match. Den Alan Rogas. Ja, schnell und bei den Brillen laufen. Ich weiß nicht, wo es drauf geht. Obwohl, Red Light Lomain nur an der City und Darken Brillen. Und da sieht die Brillen an. Ja. Na gucken wir mal, was man hier an der Brillen machen muss. Da haben wir dann hier. Also, Rückgabe des Buches bringt Justus Tustus zurück. Wo fahren wir die Justus Tustus? Na ja, die fahren wir mal am See. Also an der Reihe. Dann, äh, Dono. Kommen wir bei Traumdingsbums. Da brauchen wir dann Kerzen. Wie ist das andere? Tötet Lilifee. Ähm. 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 Und da kann ich sicher auch schon mal das Video angucken, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen interessant. Ähm. 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 Da holen wir dann Kerzen. Zu neugendrunnen. Da sind wir Untoten, aber nicht die. Nee. Gott sei Dank. Ah, okay. Wir müssen, ähm. Okay. Das käme mir doch Skelat. Spoiler. Da sind wir schlecht Skelat aus. Okay. 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 Entkommen. Verstehen Sie das schon von weitem? Verstehen Sie nicht? Ja, der Titan wirkt bei weitem viel mit chaotisch der Titan. Wie ich leute spielen. Heike. Eich schreiten. Achter. Achtertast durch. Eich schreiten durch. Miau! Miau! Durchschreiten. Nicht schreiten. Durchschreiten. Durchschreiten. Äh. Pappappappappappappapp. Gut. Und Magie fährt dann zurück. Okay. Dann. Level 2. Laufgetat. Wo wir da killen müssen. Passt. Und dann. Ich muss machen bei den Knochenjockeln. Da drum aufgehen. Wann ich schon nicht täuschen. Man hat keine Fleischklappstuk. Und was fertig gehen. Da haut. Ich will definitiv hautfertig gehen. Gehen wir mal bei den Knochenjockeln zurück. Bei den Knochenjockeln. Bei den Knochenjockeln. Brä. Wohl. 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 Das geht auch gut. Wohl. 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 Einfach schließen. Wohl. 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 Ich denke nicht. Was mit fatty-gfreit geht. Zeitlich Eventuell passiert, das passt schon. Wo. Knapps. Oder? Ja, hat mir so sie. Hier geht's darum. Du. schlimm war eine wege schon als freundlich kann das so ein dachlo schlimm worden die auswählte schon auswand ich kann dann nur verlaufen ich muss sie kommen dann noch verlaufen ich möchte dann gar die au war die neid ist im neid hatte ich mich nur so gefroht tun auch schon bei der letzten abnahme sie holt eine mensch gehört vom scharlochroten kreuzzug dass das die gefangen geholen kredit passt wie wir können die vom gebirgsjäger von der zwerg schon da hinten vom gebirgspasser wieder gehörte wie könnt ihr da hinten die gebirgsjäger denn wir können den dünner das ist doch ein paar typen aus der du wirst was schon gut nicht wirklich ganz ganz hart und hier wird gleich das ist doch so ein typ gewinnt wie haben sie den gefangen das ist so dämlich gewinnt und dann pass auf ja natürlich schon so einfach gefangen ok die kreuzigen stadion sie hund den gasthaus in einem keller festgehalten mit viel dinge da muss man das noch machen warum man so control c control auch andere tierung växler kast jockey dass sie noch fertig den aus Dann machen wir das mit dem Buch, dann gehen wir den an, dann gehen wir den auf, dann gehen und dann haben wir die Zeit bei weitem überschritten, das war doch egal. Da sind wir fertig. Weil du noch keine Keyquest machen kannst. Zum Glück. Was könnt ihr dafür in Deutsch aneignen? Lohnt sich das? Ich steh nicht. Ich steh nicht mehr. Ja, weil du nicht alles möchtest. Hauptmann an seinem Liebesfachen tötet. Leibfach nicht Liebesfachen. Ja, sein Liebesfachen, du. Die muss auch nach Ombud gehen. Ich wollte es auch stellen, dass ich für die Mathe des Zulner wieder permanent Ugegraf PAM Ugegraf. Kack Spaß. Ja, ich weiß nicht. Für Valvanas. Für Valvanas. Dann können wir das nicht selber machen. Das ist 53. Das ist aber nicht genug am Level, dass wir das nicht selber machen. Fert muss ich auch meinen Hüftstick machen. Gut, wenn du alles so einfach klicken kannst. Ich glaube, wann fährt das in halbem Level hier? Gut. Und dann rumlaufen. Nein, wir müssen noch etwas zeigen. Nein, ich wundere mich nicht. aber der vierte aus mir und da war dann halt fertig gemacht die stadt und schon einem und am zug ganz in der ganze gebiet gemacht ganz quasi kostet vom auffang bis zum schluss das geht ja noch könnte ich dann kannst du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst hier sind feier gar da geht und wie weißt da konnte du sondern du okay nehmen müssen heiland stand dann haben wir knick heiland und dann höre ich die knick eilenste und dann habe ich nicht erge dann immer ein uf und die knick vor wieder geht garami erwarten diese neid erschlohen das an die stu breit ja dolar doch wieder anders kalt monastarie die sind russisch die homisch zu klumpen instant ein bisschen highlands die matatrosen zu killen genau schau noch rote schlagposten ja blahblbl-blbl als lowlevel gibt es ein bisschen trückel hierher du kannst mich gut erinnern du bist huiallala huiallala ich brauche ein kleberwäscher und den Hauptmann muss man kennen Tomaterazzi Meiltrache Meiltrache Tomaterazzi Ich kenne eine Materazzi, was das schon mit war. Das ist schon etwas E-Moll E-Moll 2-Moll Gut Guck mal Tarazzi Schmitzi Schmatzi Guck mal Tarazzi Guck Der Materazzi Hohen Den einfach nützt aber schon mit cooles Kinn von Nisch Gut, die Lomis nachher kommen, in den Heinz Wie willst du hehlern? Hm? Wie willst du hehlern? Obdachlos im Stuhl umgelegt Ja Nee, Ordensmitglied Ich hab Leute Obdachlosen tatsächlich gelesen Guck viel wert Matarazzi Das sind auch nie Matratz Matarazzi Gut, raus Karte me over Äh Spannendetwegen Ist der Erdwurst Spannendet Weil heute relativ Jetzt ist die Wehers Wir waren im Ruf On the Bray On the Bray The Brill Äh Friedensblume Okay Auch darüber hat sie mir Oder Kommt scheiß drauf Scheiß drauf Ole Ole Ja 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 Wie geht's geht schnell hoffentlich Eigentlich ist es also die logische Variante Zu schwammen Weil Schwammen hat 50% Und du dann nimm 40% Schwammen Sie nimm 10% aber 10% und 10% Das ist genau wie man am Level geht Oh Das ist aber nicht viel aus 10% auf der Schelle Und noch 10% auf der Brust Oh 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 Doch Was hat das schon viel ausmisch Wann sie 10% Meine Erfahrung Kriss Noch bloß Lass er feiert sich Oh Die sind schon cool die dort Gut Die waren immer mal rot gewischt an der zeit Die sind so gekrabbelt 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 Ja Ja Es ist gut gefühlt dass sie heute Führungen im Droiden Führungen im Schamane Dinge rauskommt Ach Merci Ja Das war wirklich ganz wichtig Dass die dort Quest fertig ist Hallo die Lesch Und In anderen Du musst Auf einen anderen Platz kommen der das Im Silberwald Aber so Soweit koste ich nicht Wann die Leute geschrieben Ja wir wollen das Zu spät Zu spät Zu spät Zu spät Nee Aus Pfui Äh Brachl Ja das musst du auch schon machen Aus Pfui Und der Silbermond Äh Silbermond Da klingt doch Silbermond Das ist doch ein Ding Ehm 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 Ach so So Maglo Ich muss das Grobe aus deutschland Oder Komplett Tonier Oder Können sie Können sie gut aus Aus Minger juren ziehen Aber der Problem war sich für die Schrott nicht gelascht Das ist ein Absolut Schrott Ja ganz ganz Schlamm schrott Schöne steht mal nicht Schöne steht mal nicht Schöne steht mal nicht Ähm Ähm Tippe 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 Und dann ähm Gehen wir die Quest auf Daje Da wollen die Quest aufgehen Und ich wollte eigentlich dann so ausloggen und dann eben noch rüber zu flieren für mir ein bisschen Zeit zu spüren aber pfff Bei mir hat es nur Zeit an der Hinsicht äh nicht so schlimm Ähm Oder ein bisschen egal Ich weiß nicht aber wie der dann bei äh bei die verkackte Blutelfe kommt Und wo ich dann eh schon bei der Allianz gesehen hätte aber ähh Schienen sie noch ein bisschen kritisch die ähm drogenaufhängige Männer äh äh Männer süchtisch die sie sehen aber ja Das ist gut dass Männer sucht äh angebaut und dass äh tatsächlich da bei sie halt passen bei äh bei Tochter Das fand ich gut Ja wie kannst du nimmern Ja ich denke so Tatsächlich für mich äh Männer süchtisch äh äh Junkie sind das Ich sehe noch schon wenn ihr Fisch geht wo ihr suchen Ja ich weiß nicht Oh neeeh Quatsch geht nach vorne Ja neeeh Bitte nicht Ang esxt Ja Ich sehe noch nicht Ehh Symphony Inakers Das ist echt cool. Ich habe schon einen Quatsch von dem. In Gottes willen. Herr Habe ich mal. Habe ich wohl einen Wurst an der Box gesagt. Habe ich wohl einen Wurst an der Box gesagt. Gut, und dann weiß ich erst von heute aus, ob Silbermond Osthabschab Silbermond oder Satschüse Quatschgebiet. Sie haben Morgenrot, Abendrot, Dämmerrot Ostmoggenrot. Oh, der war so ganz komisch. So ganz nimmisch. Sie wollten etwas aufgucken. Das hat nicht so richtig geklappt. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Für die Leute, die nicht wissen. Ähm. Das ist eigentlich die einzige Platz, außer aus Schatras oder aus Dalarain. Wo er bei sie herkommt. Nur am Low-Level. Generell viel Low-Level. Nicht zufrieden. Das ist eine Magier-Kollegin. Hier gibt es genug Leute. Die sind auch soziale Spiele. Die Teleporter-Kugel. Und das ist hier. Und dann kann er dort drücken. Und da kommt er dort raus. Am Gebiet von Silbermond. Okay. Tatsächlich Silbermond. Da kommt ein Haar raus. Das ähm. Wo ist Silbermond? Durch den Monsun hinter die Welt. Und schlägt mir die Fresse ein. Okay. Der du bist. Okay. Gut. Ich fang jetzt so. Oder? Lein ist noch falsch. Ne. Ne. Durch den Monsun weiter. Das fange ich an. Grob. Okay. Das sind wir hier. Und dann. Als das dann. Die nächste Saison. Das heute noch die zwei Saison. Dann hat sie ein bisschen so losgelassen. Aber sie kommen nur nach. Also. Da kann ich schluss noch so ein. So wie die Überlenkung. Das hat mal nicht. Das war nicht geplant. Und dann kann so ein. Tschüssikowska.